Ralf Arthur Roberts war als Regisseur, Ideengeber, Drehbuchautor, insbesondere jedoch als Schauspieler in vielen deutschen Spielfilmen tätig. Daneben war er Bühnenschriftsteller und ab 1928 Leiter des Berliner Theaters in der Bärenstraße. Leben der Sohn des Bäckers Karl Robert Schönherr und seiner Ehefrau Bertha Elisabeth Geb. König wuchs in Dresden auf, besuchte das Neustädter Gymnasium und nahm Schauspielunterricht bei Adolf Winz. 1903 debütierte er am Residenztheater Wiesbaden. Er spielte vorübergehend am Trianon-Theater in Berlin und am Schauspielhaus Breslau. Ab 1907 ist er in Hamburg nachweisbar, wo er 1909 Mitglied des Thalia-Theaters wurde. Nach der Kriegsteilnahme als Offizier spielte er weiter am Thalia-Theater, wo er auch Regie führte. 1921 übernahm er die Direktion des Komödienhauses in Berlin, und 1928 eröffnete er sein eigenes Theater in der Bärenstraße. Dort brachte er wiederholt selbst verfasste Stücke zur Uraufführung. Eine ganze Reihe auch international erfolgreicher Lustspiele verfasste er gemeinsam mit seinem Hausautor Leo Lenz. Zudem übernahm der Mann mit dem Monokel zahlreiche Nebenrollen in Filmen. Meist spielte er Herren von Rang wie Direktoren und Unternehmer. Bekannt sind dabei vor allem seine komischen Züge, die er zum Beispiel als Staatsanwalt in der Maulkorb und als König Karl X. in Tanz auf dem Vulkan bis zu einem hohen Maß an Selbstironie ausspielen konnte. Das von ihm komponierte und getextete Walzerlied auf der Reeperbahn nachts um halb eins wurde vor allem durch den Filmklassiker Große Freiheit Nr. 7 von 1943 44 mit Hans Albers, Ilse Werner, Hans Sönker, Gustav Knut U. A. berühmt. Des Weiteren wurde es auch in dem Film auf der Reeperbahn nachts um halb eins von 1954 mit Hans Albers, Heinz Rühmann, Gustav Knut U. A. verwendet. Ralf Arthur Roberts komponierte diesen Klassiker bereits 1912 für seine Revue, Bunt ist die Welt. Grabstätte er lag im März 1940 in seiner Wohnung in der Lichtenstein-Allee 3 Uhr morgens Tiergarten seinem Herz leiden und wurde auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt. Laut Sterbeurkunde war er gottgläubig.